Herzlich Willkommen bei PCTIP Tipps und Tricks. Wir schauen heute Kahoot an. Das ist eine spielbasierte Lernplattform aus Norwegen. Damit kann man innert weniger Minuten lustige Lernspiele oder Quizfragen erstellen. Es ist sehr populär in Schulen. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie das funktioniert. Jetzt kommt ein bisschen mit dem Schrauben und Zellen wir die Gleiche. Wir haben einen Spiele mit der Stütze für die Stütze für die Kiste für die Stütze für die Stütze für die Stütze für die Stütze. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war es für heute von PC-Tipps und Tricks. Ich hoffe es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal.